Frettchen, du bist nicht aus der Röhre. Da ist er, Möchte. Hey, du Frettchen. Warum möchtest du denn nicht aus der Röhre kommen? Hm? Warum denn nicht? Hm? Das ist so schön da drin. Du schläfst ja schon fast ein. Guck mal. Guck mal, man kann deine kleinen Beißerchen sehen. Oh, ein Raubtier, ne? Ich tu ein Raubtier. Ich tu ein Raubtier. Guck mal, wenn ich da komm, dann kannst du da gucken. Guckst du da. Du bist ja total müde. Du bist ja total müde. Oh, hübsch bist du. Du schläfst ja gleich ein. Hey, du schläfst ja gleich ein. Hm? Nein? Oh, da tut sich was. Brauchst du so einen kleinen Riegel oder sowas? Irgendwie sowas, ne? Kreislauf. Komm, zeig dich doch mal. Du bist ja so hübsch. Hast ja so ein schönes Fell. Ja, das ist toll. Das ist toll. Ja. Guck mal, so schön ist dein Fell, ne? Boah, guck mal, die schön braunen. Voll der Iltis, ne? Das ist das Frettchen mit dem schönen Fell. Ja, mit dem schönen Fell. Und freundlich ist das auch noch, hat die Tietze gesagt, ne? Sie hat gesagt, du wärst ein total freundliches Frettchen. Ja, hat die gesagt. Ups, das war ich. Schmeckt das Wasser jetzt besser? Hm, gleich wieder essen, ne? Ja, kommt nachher essen, ne? Gibt Hühner klein heute.